Willkommen im Schnäppchenkeller von Profischnap.de Heute wieder mit etwas ganz Besonderem und zwar von der Firma Coinor habe ich hier für Sie das Modell Raul mit Rückenverstellung in Leder Grafit in einer dreiteiligen, sehr länglichen Formation ca. 4 Meter lang Nun, was kann man zu Raul sagen? Ein Erfolgsmodell von Coinor mit sehr vielen Verstellmöglichkeiten Hier, Doppelraste im Rücken Einmal diesen Klick-Klack-Beschlag Ich zeige es Ihnen gleich hier Sie können den Rücken ganz nach hinten machen Und Sie haben hier oben noch ein Gelenk Das muss ich jetzt erstrecken Kann ich jetzt nicht So, jetzt ist es gestreckt Und jetzt nach hinten Hier kann ich jetzt aber wieder nach vorne gehen mit dem Gelenk Geht nicht? Doch, geht So, sehen Sie? Und somit kann sich jeder das individuell anpassen wie er will Also entweder hier nach vorne oder ganz nach hinten Und so habe ich natürlich auch eine optimale Lümmelposition Übrigens, beide Armteile sind klappbar Die Garnitur ist mittelsoft gepolstert Hier davor stehend links habe ich ein Longchair Und hier macht natürlich das umso mehr noch Sinn Ich verspreche Ihnen Auf diesem Longchair werden Sie ruckzuck einschlafen Bei unserem derzeitigen Fernsehprogramm Ideal! Wenn Sie einen länglichen Raum haben Viel Platz wollen Und es sehr wohnlich und bequem haben wollen In einem pflegeleichten Taraleder Vom Markenhersteller Keuner zum Schnäppchenpreis Dann ist diese Garnitur vielleicht bald bei Ihnen Raul, ein Kundenstorno Vom Kunde storniert Und deshalb jetzt zum Spitzenpreis Ach ja, eine kleine Macke hatte sie glaube ich auch noch irgendwo Aber das lesen Sie vielleicht besser im Text Raul, die Spitzengruppe von Keuner Vielleicht bald bei Ihnen Wird mich freuen Dankeschön Hier Lutz Reinhardt Und Tschüss